1000 MMR drüber waren, über dem aktuellen Rang, den die jetzt haben, und spielen wie Scheiße. Der spielt wie der Letzte nochmal. Der hat keine Ahnung, was er tut. Ich weiß besser, wann der reingehen muss, aber nicht, als er selbst. Es ist so ein Witz. Wie kann das jetzt schon wieder, so einer? Ach, ist mir jetzt egal, damit er halt wird. Absolut Trash. Was ist das für eine Scheiße? Ich rutsche gleich einen Rang ab und ich spiele gegen den Ancient. Ja, ich bin aus dem Metal rausgerutscht. Mit dem verlorenen Spiel bin ich auf 2% oder was. Wie kann man das auch? Ich bin ausgleichen gegen Scheiß-Lag-Leinen. Kannst du hier doch sonst wo hinstecken, Junge, Junge. Was? Ja, ich bin aus dem tabs. Ja, ich bin aus Esseem. Ich bin aus dem Rolex. Ich bin aus dem Relationship. Ja, ich bin aus dem oyster, dass du dasino. Ich bin aus dem Kanal rausgerutscht. der klinkst überhaupt gebaut ich gar nicht darauf geachtet gehabt aber erst die so gebaut soll am verlieren und die so bauen ich weiß nicht ich versuche noch mal mit silencer eigentlich müsste das warum nicht regen all attributes ja doch mal was das ist nachher brauche oder nicht ist ein start item kann man nichts falsch machen um ja 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 ich brauche noch eine mitte aus oder line oder magnus könnte mitte gehen aber eigentlich würde ich den magnus zu fortsetzen line mit anleigen chor warum auch immer und dann noch irgendeine mitte haska ja schon wieder ich meine wir sollten theoretisch im vorteil haben aber ich muss unbedingt rein bekommen dass ich mehr mit ihnen rede sonst 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 wird das nicht ich habe noch Probleme Nein, nein, nein. schon gut er ist den tree entgebannt bekommen ab der hat 180 kieler auf den mann 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 obwohl wollte ging ja ohne bottle wird das schwer haben der ist natürlich wieder shit sehr freundlich von euch jungs danke die herrte region gleich am anfang ist wirklich nicht verkehrt und das mal durchgehen okay ich lege mich mit laien an weil ich die oh mother fucker unglaublich aber die region sollte die region ist schon gut alle attribute ich mein vier region gleich am anfang ach schade jetzt muss ich doch mal warum ist der level zwei ist ja so weit aus dem ding geblieben schweizげt jes non-non-non-non-non-non-non-natural Motherfucker. Oh ja, 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 ja. Yes! Ah, shit, shit! Oh, Mann. Ich muss echt aufpassen jetzt. Oh ja. Hm? 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 Oh, shit. Oh, shit. Ja, ja, ja. Ah, das tut... Tut nicht gut. Warte, hatte ich nicht gerade ein Healing Board gehört? Nein. Okay. Don't know, hab ich noch bekommen. Oh... What the heck? What the heck? Ich bin, ich bin nicht gestorben. Ich habe... Ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht weit genug vorne. ... 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 Nope, das war mein Klautig. Schade. Schade. Nope, nope. Zusammenreißen. Nicht. Damn. Klautig. Hopp, hopp, hopp. Ordentlich damage gemacht, aber... Leider, leider. Hm. What the hell is his range? I'm Kadhafu. I'm Kadhafu. I'm Kadhafu. I'm Kadhafu. Oh, what? Jetzt kriege ich meine Boots nicht. Fuck. Fuck, das war mein Brüder. Das war ärgerlich. Okay. 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 Das war immer noch Level 4. Ich würde mal behaupten, mein Kurier ist wieder am Leben. Das tut jetzt langsam weh. Shit, 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 bitte, 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 bitte. Ja. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Das war mal hei. Missus? What was that? so Komm schon, er ist gesilenced. Oh Gott. War das jetzt wirklich dem Sein? Oh Gott, oh Gott. Hm. Danke für das Deck. Oh shit. All Attributes. Ich denke mal, Patsch wird das... Ich weiß nicht, ob ich Mitte oder Top... Ich geh top. Fuck. Kann noch einer hier helfen? Komm schon. What the hell? Oh. Ach. Warum, warum, warum können die da... Ach. So eins. Hat er es verkauft? Mein Gott, nee. Ich hab bloß nicht reingegangen. Ich will wissen, was kommt und was da ist. Ah, dieser eine Toad ärgert mich jetzt mehr als alles andere. Aber... Ich mein, ich hab's mit 10 permanent, das ist schon mal echt geil. Von daher... Au. Die Pushing, der ja auch am Top. Ah, haben wir sehen von dem vielleicht. Die Pushing, der ja auch am Top. Die Pushing, der ja auch am Top. Die Pushing, der ja auch am Top. Oh. Oh. Line should be here. Shit man. Oh Jaak ist da. Komm schon, der Laien noch. Oh, what? Run. Aber weißt du was? Die sehen mich hier nicht. Sicher, sicher. Ich meine, pro Minute eine entgezogen. Das ist schon nicht verkehrt. Oh. Äh, ja. War wahrscheinlich nötig. Äh, ich weiß nicht, wir können hier angreifen. Warum die hat ihn gekillt, what the fuck? Online schon wieder tot. Hm. 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 Komm schon. Au. Und ich bin weg. Oder du gehst drauf. Juhu. Ah. Okay. Wo habe ich überhaupt. Hm. Komm, Jungs. Ah, komm schon. Oh. Oh, ich hab keine. Oh, Lion. Ah, dang it. Komm her. Oh, ich hab keine. Okay, er will tatsächlich nicht hier hoch. Kluge Entscheidung von ihm. Oh. Dann bleiben wir doch hier. Ich muss doch jetzt nicht verarschen. Ah. Amt schon. so oh, das ist Magnus okay, das ist blau das ist blau ah ah whatever he's fine front oh hey da war ein Kurier wir müssen da hin ah 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 hangat hmm hmm wenn wir es noch aufs server hätten da und line ist da zum helfen, alles klar oh oh okay oh, ich bin noch im Killing Spree das ist natürlich cool mittlerweile habe ich 22 30 und machen wir es einfach ja hmm 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 ah hmm damn it shit shit ah ah schade ah schade 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 ja, irgendwo war das Timing nicht irgendwo war das Timing nicht schade 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 wir haben einen Tower verloren pfff pfff schade 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 um vorher kommen Vielen Dank. Ah, gut. Fuck me, what on earth? Nicht gut. Hätte ich die Hurricane Pike gehabt, hätte ich vielleicht noch eine Chance gehabt, aber... Dang! Ich habe mich ja so auseinandergenommen. Okay. Oh, shit me! Oh, man! Ich habe mich vor firstihe, halber. Okay, Lebensversicherung. We still can go to kill someone. Hop! Ah, gut, wenn ich der einzige bin, der draufgegangen ist. Ja, kill... Na... Na... Oh... Oh... Because if you get satanic would be bad for us. Ich meine... Hatte ich meine Pike schon? Oh, das wäre natürlich echt doof gewesen, hätte ich meine Pike schon gehabt. Ich hätte es nicht benutzt entsprechend. Auch ein Lion... Okay. Nein... Ich meine... Naja... Ich meine, diese Haska geht mir so auf den Sack. Vielen Dank. Nein, was da? Jarge? Go for them, go, go, go! Oh, shit, man. Whew. Shadow. 15 secondes till Jack but we can push we have 40 seconds till we need to go back Jack is back, but he shouldn't be in problem alles zusammen let's just go back I'm the next for the mcp and couldn't oh shit hinter mir's line oh fuck me okay oh man das war unangenehm holy shit ahhhhhhhhh Hm. Lyskip is not wrong if you're fighting Husker. Oh, yeah. Der hat immer noch seine Beutel. What? Ähm. Hat er... Das ist gar nicht meine. Okay. Oh, da war ein Jar. Okay. Buyback habe ich. Klingt gut. Oh, das war natürlich jetzt doof. Hm. Hm. Haben einen Buyback rausgeholt. Oh, das war nicht gut. Ah, okay. Ja, nimm dich nochmal mit. Das hilft. Nein. Nein. Ich darf nicht auf Jug zuerst gehen. Das ist doch ein bisschen ein Problem. Na. Tauschen wir das. Oh, das war ja. Oh, das war ja. Oh, das war ja. Das war ja. Oh, 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 ich wollte noch nie machen. Was kriegen wir denn? Ahh, schade. On the way. Heinrichs, der tappt ja aber dann doch irgendwann mal Magnus Abhilfe. Oh shit man, warum hat er denn, okay Husker ist nicht gestorben aber das So Komm schon, money 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 Alter wo ist mein Hex im Ernst Leute Ah ist nochmal ner Regen dabei War eigentlich mittlerweile irgendwelche neutral Items Oder Oh weißt du was Dann hol ich mir die Scheiße einfach Oh nice Ich muss unbedingt, ich habe Keine Ahnung Der Headdress ist so ein bisschen hm Okay Okay Ah, wenigstens brauche ich hier kein Maler benutzen. Gott, nee! Oh, wirklich! Ich hatte ihn so low! Sehr gut, dass wir vorher noch die Mega-Krips geholt haben. Das ist so ein kleines Problem! Und ich war bei dem Kampf nicht dabei, bei dem großen Kampf, wo ich hätte dabei sein müssen. Aber, all attributes... Damage... God, ist das schlecht! Oh, Spellprism, all attributes, mana, regen... Ja, was? Ah, scheiße! Ah, das war vielleicht ein bisschen doof. Jetzt nochmal. Ah, ne, okay, er hat eine Heelingser. Hm. Hm. Wo ich einfach stehe. Oh Gott. Hm. Oh, oh, oh. Hm. Oh man, 4, 6, 27, puh, ne gute Note, um da drauf Pause zu machen. Das ist, ich dachte ja, mit dem Haske, aber wobei, der Haske hat viele Kills bekommen, der Magnus hat viel vorbereitet. 9, naja, jetzt bin ich aufgeschrieben, wieder ein bisschen hoch, gut, dann krieg ich jetzt was zu essen. Ja, ciao.